Unschön, aber leider wahr. Was wäre dir lieber, blind durchs Leben zu tappen und ständig zu wissen, dass eine ganze Menge Wissen spurlos an dir vorüber geht? Oder lieber einmal die Augen öffnen, auch wenn es weh tut? Der Lohn für deinen Mut wäre ein Erkenntnisgewinn, der dir einen enormen Vorsprung für deinen weiteren Lebensweg bescheren wird. Aber, wie gesagt, die Wahrheit kostet Mut, das Verschließen der Augen vor der Realität. Kann dafür bequem und nützlich sein. Die besten Lektionen am Weg zur Erkenntnis sind die härtesten. Alle Aha-Erlebnisse, die uns Blut, Schweiß und Tränen abverlangen, werden sich für immer in unser Gedächtnis brennen. Ihr Zugewinn an Weisheit und Wissen wird uns festigen und uns besser gerüstet in die Zukunft schreiten lassen. Auch wenn dir vielleicht einiges davon wie Kaffeesudleserei erscheint oder dich frappant an die Sprüche erinnert, die unsere Grußmitte auf Zierkissen gestickt haben. Wir stellen dir in unserem heutigen Video 9 unumstößliche Wahrheiten über das Leben vor, die du vorbehaltlos glauben kannst. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Es ist leider so und an diesem Punkt gibt es nicht zu rütteln. Ohne Geld wären wir obdachlos und würden über kurz oder lang verhungern. Die Idee von einer Welt voller Nächstenliebe, in der die Starken die Schwachen gut versorgen, gibt es nur in utopischen Konstrukten. Sogar die politische Realisierung des Gedankens, dass jeder Mensch einfach gleich viel besitzen sollte und alles wäre gut, ist kläglich gescheitert. Zahlreiche Idealisten in den 70er Jahren haben das Leben in Kommunen versucht und sind sogar auf unbewohnte Inseln ausgewandert, um dort eine ganz und gar gleiche Gemeinschaft zu erschaffen, wo Geld keine Rolle spielen sollte. Alle diese Experimente sind gescheitert. Es gibt immer Menschen, die das Eigenwohl über das Gemeinwohl stellen und mehr wollen als die anderen. Ohne Geld gibt es einfach nichts im Leben, diese Tatsache müssen wir akzeptieren. Selbst wenn wir zurück zur Tauschwirtschaft gingen, was ebenfalls einige Anhänger der Neominimalismusbewegung versucht haben, kommt man ganz ohne den schnöden Mamon einfach nicht durchs Leben, egal wie einfach und bescheiden es auch gestrickt ist. Und mehr Geld bedeutet immer mehr Möglichkeiten. Nummer 2 Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht Egal, ob du beruflich neu durchstarten möchtest, endlich eine Familie gründen oder auswandern willst. Warte nicht auf den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nämlich für nichts im Leben. Die Zeichen können mal mehr, mal weniger günstig stehen. Im Prinzip aber ist es eine Entscheidung des Herzens, wann es für dich soweit ist, ein neues Kapitel deines Lebens zu beginnen. Deine Intuition wird dir dabei ein guter Ratgeber sein. Merke, Wenn dir die ersten Schritte leicht fallen und dir alles spielend gelingt, was den Weg in die neue Umlaufbahn ebnet, dann bist du richtig unterwegs. Stellt sich dir hingegen ein Hindernis nach dem nächsten in den Weg, lass es lieber bleiben. Der richtige Zeitpunkt wird kommen, auf den perfekten wirst du hingegen lange warten. Nummer 3 Keine Partnerschaft ist besser als eine schlechte oder mittelprächtige. Wie viele Menschen, vor allem Frauen, in unbefriedigenden, lieblosen und eingeschlafenen Beziehungen verweilen, nur um vor anderen Menschen die Ich-bin-festen-Händen-Karte ausspielen zu können, ist eine statistische Grauzone. Die meisten Partnerschaften erinnern irgendwann eher an eine geschützte Wohngemeinschaft oder ein anderes Sozialprojekt, welches beiden Seiten irgendwie nützt. Solange dabei niemand körperlich oder psychisch zu Schaden kommt, spricht im Grunde nichts dagegen. Problematisch allerdings sind Beziehungen, wo ein Teil den anderen daran hindert, sich weiterzuentwickeln. Partner, die unsere Träume nicht unterstützen wollen, sind nicht auf unserer Seite. Und genau diese Aufgabe hätten sie eigentlich. Nummer 4 Was uns nicht umbringt, macht uns stärker Man kann von diesem brutalen Satz halten, was man will. Er stimmt und könnte nicht mehr Wahrheitsgehalt in sich tragen. Je schwieriger die Herausforderungen, Krisen und Tiefs in unserem Leben sind, die wir erfolgreich überwunden haben, desto mehr profitieren wir von ihnen. Stärke muss wachsen. Schlimme Erfahrungen sind der beste Nährboden für sie. Nummer 5 Jeder Mensch macht Fehler Auch diese Wahrheit ist nicht neu. Den perfekten Menschen gibt es nicht, denn dann wäre er wohl ein Gott. Nummer 6 Zeit mit Social Media zu verbringen ist vergeudete Zeit Es ist verlockend, bietet Unterhaltung und ja, auch Informationen für jede und jeden von uns. Das Internet und seine ungeahnten Möglichkeiten rauben uns aber täglich wertvolle Lebenszeit, die wir wesentlich sinnvoller und gewinnbringender gestalten könnten. Jeder Blick aus dem Fenster schöpft mehr Energie für Körper, Geist und Seele als das zombiegleiche Starren auf Smartphone oder Tablet. Nummer 7 Das Leben erscheint uns nicht immer fair Zu diesem Thema hat jeder Mensch seine eigene Meinung und natürlich auch seine Erfahrungen gemacht. Manche, mit denen das Schicksal es ausgesprochen gut meinte, sind auf der Sonnenseite des Lebens zu Hause. Wieder andere werden gnadenlos von einer Krise in die nächste katapultiert, ohne Aussicht auf Besserung. Doch wir sehen immer nur einen Teil des großen Ganzen. Das Schlechte und das Gute sind jeweils nur Momentaufnahmen und nicht der ganze Film. Ob wir das Leben als schön oder schmerzhaft betrachten, hängt zu 100% davon ab, worauf wir achten und welche Aspekte wir in den Fokus unserer Wahrnehmung rücken. Nummer 8 Falsch entschieden ist besser als unentschieden Dieser Punkt mag überraschen, aber sich einmal oder mehrmals falsch zu entscheiden, ist langfristig besser, als in einer unbefriedigenden Situation wehrlos wie ein gefangenes Tier zu verharren und sich totzustellen. Gelebte Passivität ist gleichzusetzen mit dem Zustand, lieber nicht begraben zu sein. Aktiv zu entscheiden, was man möchte und was nicht, hingegen macht in Summe des Lebens aus, Fehlschläge inklusiv. Nummer 9 Langjährige Beziehungen sind nicht automatisch gut Nur weil Paare sich schon erfolgreich einige Jahre lang zusammengerauft haben, spricht das nicht automatisch für eine gute Beziehung. Gerade in den letzten Jahren, wo Frauen der späte Einstieg ins Berufsleben sichtbar leichter fiel, stieg die Scheidungsrate von Ehen, die bereits diese Überhochzeit hinter sich hatten, drastisch an. Die Dauer einer Partnerschaft sagt nichts über ihre Qualität aus. Unser heutiges Fazit Geblendet von unrealistischen Erwartungen Unser Blick auf das Leben wird wie so vieles in unserer Kindheit geschärft. Die Vorbildwirkung der Eltern und der eigenen Familie spielt dabei eine große Rolle. Später lernen wir die wunderbare Welt der Literatur, Musik und Filme kennen, deren einzige Aufgabe es ist, einen Traum zu verkaufen. Das Internet und alle seine Möglichkeiten der Selbstdarstellung hat diesen Handel mit großen Erwartungen und falschen Vorstellungen vom Leben auf eine vorübergehende Spitze getrieben. Doch selbst wenn wir unser Leben mit dem von echten anderen Menschen aus unserem Umfeld vergleichen, wird uns das mit Sicherheit keine echten Fakten liefern und unterm Strich nur unglücklich machen. Wir Menschen sehen zum einen immer das, was wir sehen wollen. Zum anderen entscheiden wir jeden Tag darüber, was wir anderen von uns zeigen. Analog zu Shakespeare ist das Leben nämlich tatsächlich eine Bühne. Wir Menschen sind die Spieler. Das Drehbuch schreibt jemand, dessen Absichten wir nicht kennen und wahrscheinlich auch gar nicht verstehen würde. Die Wahrheit über das Leben gibt es nicht. Sie ist für jeden Menschen eine andere. Das war's für heute. Schreib uns gern in die Kommentare, was du von dem heutigen Thema hältst. Vielen Dank fürs Zusehen! Zusehen! Vielen Dank.